Willkommen zurück zu S-World vs. Sword Art Online. Ich bin euer Firobo und wir haben viele, viele Nebenquests zu tun, aber geht es mal an den Brunnen, würde ich sagen. Let us check us the Brunnen. Spieler, irgendwas ist, äh, ich wollte hier, ich wollte hier, was wir haben. Okay, jetzt haben wir hier eine neue Reichweite von Aegil. Eigentlich haben wir uns alle richtig kennengelernt. Okay, ich lass einfach mal laufen und trinke was. Oh, lecker Eisdick, yum, 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 yum. Du, 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 du 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 du. Ich bin Akira, oder ich möchte das Akua-Karrent. Ich bin okay, ich habe keine Ahnung. Das ist mein Profil! Das ist mein Profil. Das ist mein Profil. Das ist mein Profil. Das ist ein Powerful-Bastlinger! Das ist mein Region-Greit-Wall-Avatar. Das ist mein Astrohler! Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, dass ich noch eine andere Art von Asshüter gesehen habe. Ich habe noch nicht gesehen, was ich gesehen habe. Ich habe mir auch noch eine andere Art von Asshüter gesehen. Hey, Bruder! Ich weiß nicht. Das ist der Real-Visual! Lass ihn doch einfach so sein wie er will. W-was? Was? Als ob Ash so... Es ist wirklich kein Mädchen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist der Asch, dass du so schönes Mädchen bist? Ich bin Rin. Das ist der Asch-Rola-Dummy-Avatar. Was ist das? Ich glaube, ich glaube! Der Asch-Rola-Dummy-Avatar ist so schönes Mädchen! Klein-San, das ist wirklich. Ich bin schockiert. Was ist das? 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 Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich mit ihr kennengelernt habe, aber ich habe keine Ahnung. 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 Ich weiß nicht, ob ich meine姿 ist, dass ich nicht richtig weiß. Was ist das? Ich habe mich mit dem Neurolinker Neurolinker angeboten, und ich habe die Brainstormus-Burst gespielt. Und das ist das, was ich als Asch-Lohra auswählen möchte, ist das mein Name der Anni. Das ist doch nicht möglich. Aber um Brain Buster zu installieren, muss der Neurolinker seit der Geburt dem Träger angehören. Wenn sie jetzt aber den Neurolinker anbieten, dann nimmt! Ist das doch nicht... Hä? Hä? Als ob das geht? Ich habe auch ein mieses Gefühl. Ich glaube, sie werden alle dankt. Ich mache schon mal weg. Okay. Okay. Ich bin gespannt. Okay. Ich bin gespannt. Okay, ich bin gespannt. Ich wusste es doch. So. Extra nur fürs Thumb-Mail. Das kommt aus Thumb-Mail. Und... Taku und... Warum wird Harajuku nichts? Ach, weil er nicht keinen menschlichen Avatar an sich hat. Deswegen... Ah... Was zum... Das ist das Schimmel-Avatar. Der Duell-Avatar hat in diesem Welt, wie er in dieser Welt verwendet hat. Ich sage dir, das ist er nicht so gut. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Das ist das. Das ist ja gut. Und ich würde mich einfach nicht damit verstehen. Ich würde erst mal kurz drücken. Ich würde mich noch mal kurz drücken! Ich würde mich einfach... Ich habe ein bisschen Ton von hinterher gehört. Aber... Ich würde mich nicht sicher... Ich habe nichts mehr gemacht! Ich bin okay! Ich bin okay! Ich bin okay, aber... Ich bin okay. Ich bin okay. Ich habe mich über die Botschaft. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich bin okay, Lisa. Aber wenn ich die Kräin-San aufstehe, dann kann ich das? Was soll ich dir erklären? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich kann es nicht glauben. Ich will mir auch mal sehen. Ich glaube, ich habe den Rind gesehen. Ich glaube, ich habe den Rind gesehen. Haha, das wird dann so. Das ist auch so. Das ist auch so. Haha, das ist gut. So, dann haben wir das schon mal. So, jetzt muss ich meinen Charakter verändern, würde ich mal nicht behaupten. Denn wir brauchen jetzt noch, was haben wir denn hier, Quests? Ne. Daten natürlich. Nachrichten, so, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir Silver Crow haben, denke ich mal. So, dann gehen wir mal hier hin. Gruppe Black Lotus gegen Silver Crow. Weicht das schon so aus? Ich weiß es nicht, dass wir einfach nur eine Gruppe drin haben. Ich vermute mal eher nicht, oder? Ne, dann müssen wir wahrscheinlich auch noch Silver Crow werden. Warum das immer so rum ist, ich weiß es nicht, egal. Hoppe, Kirito, Silver Crow, so. Damn, jetzt sind wir ein, er macht sogar Geräusche. Ja, jetzt haben wir da auch noch eine Markierung. Ich weiß nicht, ob ich nicht fliegen kann. Wenn du bist ja dein einziges Charakter, der fliegen kann. Untersuchen. Etto. Etto. Oh, muss ich mal mehr nachrichten? Dann nehmen wir erstmal Kiritos. Das ist sicherlich. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, ob ich ein paar Jahre in der Zukunft ist, wie bei dem Grain Burst. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß. Oh, aber wie bei dem Grain Burst ist das Problem, dass ich an Angla höchwertige Schwerste habe. Was ist das, was ich? Es gibt noch zwei. Nein, es gibt es in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass die beiden Grunde genommen haben, und die Spieler verletzten und verletzten. Was ist das? Vorher, die Daten auf der Globalen Welt sind in der Welt, und es gab die Angelegenheit. Das war so. Ich bin sicher, dass ich in diesem Ort bin bin. Haru und Chi-chan, Master und ich. In diesem Moment haben wir uns auch verändert. Oh, ich bin, ich bin, ich bin. Was haben wir mit allen? Was hast du mit dir gesprochen? Erstmal? Wazuna, Shino? Oh nein, was du mit dem Spiel? Ich dachte, du bist so gut. Wir haben auch mit Chiyuri gesprochen. Was? Chiyuri? Was? Warum bin ich wieder in dieser Art? Chiyuri... Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen wie bei der Art von Axel Assault. Vielleicht ist es ein bisschen der Art von Axel Assault, oder? Ja... Oh, warum ist das? Oh, das sieht doch cool aus. Oh, wir haben ja schon einen Thumb, ey. Oh, das sieht doch cool aus. Oh, gefällt mir. Ich überlege gerade, kenne ich Axel Assault? Ich glaube nicht. Oh, doch, 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 kenne ich doch. Doch, das war die OVA. Das war die OVA von Assault World. Stimmt, ich erinnere mich. Da ging es ja darum, dass Sarayuki-kun abnehmen soll. Das war die OVA von Assault World. Es ist genau so ein Dummy-Avatar und Duell-Avatar. Es gibt auch die Möglichkeit. Vielleicht kann man auch in dieser姿. Hmm... Ich glaube, dass Tuckm nicht zufrieden ist, dass Tuckm ist. Was? Was? Tuckm... Tuckm-Avatar, bitte öffnen Sie den Wind. Sie sind noch etwas, was Sie? Oh, es ist meine... Eh... Eh... Ich habe mich ein bisschen daran gedacht. Oh, ich bin weg! Wait! Oh, ich bin weg! Ah! Eh... Eh... Hahaha... Tuckm-Kun... Das ist so. Na... Na... Aber... Ich habe nicht zufrieden, aber... Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Hm... Ich habe nicht gewonnen. Haben wir jetzt vielleicht die Ausrüstung freigeschaltet? Bad Blows, sonst sind die... Äh... verfügbar. Du kannst die... Was? Ich habe... Das sind jetzt eigene Gruppenmitglieder? Was? Ernsthaft? Das wäre ein bisschen krass. Gruppen... Tatsau sind echt eigene... Level 200. Geht da eigentlich? Karte, kann ich jetzt... Ich will es einfach nur mal wissen. Black Lotus und... Der Charakter lässt sich nicht zur Gruppe hinzufügen. Gruppen enthältbar als eine andere Version des Charakters. Ah, okay. Das wollte ich nur wissen. Äh... Dann können wir gleich... Dann wechseln wir jetzt einfach... Chor einfach gleich noch gegen Asuna aus. Und dann haben wir wieder unser Team. Dann gucken wir, was es noch so hier gibt. Versuchen. Ehto... Ehto... Krampai. Äh, der ist hier ein Beil, so. Taku! 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 Haru, wie war das? Der Avatar ist sehr schön, nicht wahr? Hora! Der Kind! Der Kind! Haru... Wenn man sich das zu sagen, dann wird man das zu sagen. Aber... Das ist nicht so. Aber... Ich habe nur gedacht, dass der A.L.O. 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 Es ist sehr gut. Er... 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 Ich bin immer frei. Haru, mach das so. Na, Ata-kun. Wir haben unsere Weiblichkeit, aber wir haben keine Angst, nicht wahr? Weißt du, was für seine weibliche Person darstellen soll? Das ist so. Wir haben eine Weiblichkeit. Hey, Kiminoshi. Was ist das, was du, wenn du zwei von einem Kind aus dem Burst-Rinker fährst? Nein. Ich dachte, dass man so ein Mann mit einem Mann mit einem Mann mit einem Mann mit dem Mann mit einem 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 Mann. Stimmt, hat er ja nicht. Wenn du dich hierher bist, dann bist du hier. Du bist so cool. Du bist so cool. Du bist so zu viel anstrengend. Was genau? Du kannst dich anzusehen. Du hast es anders. Du kannst dich anzusehen, Krime. Du kannst dich anzusehen. Du kannst dich anzusehen. Nein, nein. Ich habe mich nicht so, dass ich mich nicht so verletzen kann. Ich habe mich nicht so, dass ich meine Freunde von der alten Generationen habe. Ich glaube, ich bin ein sehr wichtiges Freund, aber ich glaube, dass ich mich so gut für mich, wenn ich mich so fühle, dass ich mich so fühle. Ich glaube, dass ich mich so fühle, dass ich so etwas überraschend machen kann. Das war's für heute, was ich. Haha, das stimmt. Das ist ein Zeug von 10 Jahren. Ich würde mich jetzt auch machen. Wenn ich mich an, wenn ich mich an, würde ich einfach nur ein Kleiner sein. Ja, ja. Ich würde mich als mein Kleiner sein. Ich würde mich nicht sagen. Okay, gut, da haben wir das auch alles gehört, sollten jetzt unsere Nachrichten alle löschbar sein, ja. Ich finde immer so nett, solche kleinen Dialoge untereinander, muss ich sagen, finde ich immer sehr nett. So, wir brauchen Saosuna wieder. Ja, Silvaco, ab und Kirito, ne, ja, Saosuna mit Kirito. So, also wieder Kirito. Hayashi! Gut, dann müssen wir machen erstmal die Nebenquests hier draußen, oder? Gibt es ja ein paar. Gut, dann ist es mit dir komische Gestalt, Harayuki und Tako haben sich die Welt von Ayo gestürzt. Trotz Fikuriumswander können sie ihre Neugier nicht bremsen. Ich frage, ach, das ist hier ein Peil, warum bist du so düster, Junge? What the Fik? Ich frage mich, wo Haru hin ist. Ja, ich will ja starten. Achso, ich muss als... Ach, ich verstehe schon. Ich hätte einfach als Silver Crow bleiben müssen. Gut, dann. Asuna wird zu Silver Crow und Kirito wird zu Silver Crow. So, zack. Hallo, ich bin wieder Silver Crow. So, und jetzt? Wer hat das Kampf... Wer hat das Kampf... Schatten? Ja, möchte ich. So, bin ich mal gespannt. Oh, ich bin wiederum. Ich habe das, ich bin wiederum. So, das ist ein kleines Erdün. Und das ist ein kleines Erdünge. Oh, das ist so ein kleines Erdünge. Und dann, Haru? Vielleicht würde ich es nach diesem Kleines Erdünge? Ja, ich weiß nicht, dass du mal kurz auf dem Master gesagt hast. Es ist auch wichtig, wenn man die Zeit umdrehen kann. Oh, ja, das ist das, aber... Das ist gar nicht so. Dann gehen wir mit dem Kwestern zusammen. Aber ich glaube, dass ich die beiden gehen kann. Ich glaube, dass ich mich sehr interessiert habe. Oh mein Gott, ich glaube, dass du so gesagt hast. Ich dachte, dass ich mich sehr interessiert habe. Ich habe mich sehr interessiert. Ich bin bereit. Oh, du kennst dich schon? Oh, das ist doch sicher. Das ist doch nicht so. Los, los geht's. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Zeug. Oh, das ist so. A l o a ja mit ton acshion系のクエストが多いのがいいよな 僕らの世界は基本が対戦格闘だからね 男女がっぺーっててるとっててっくる ぺーってくるきにやさせる気のないような 異常な難易度の場所ばかりじゃあ Okay, wir sind nur zu zweit. Wir sind nur zu zweit. Okay, da muss ich... Okay, ich kann die Fähigkeit nicht nutzen. Hä? Warte mal, stimmt, ich kann ja auch Iman bearbeiten, ne? Skills, Kurzbefehle, hier, Kopfstoß. Füllt den Kopf mit einer Nihiramme? Aber muss ich denn aufladen, oder was? Haben wir nichts? Okay, ich hab hier noch gar nichts, aber ich könnte... Heilung, brauchen wir vielleicht Heilung? Wäre vielleicht gut, ne? Achso, meine Ausdauer muss ich aufladen, ne, irgendwie. Kann das sein? Hä? Hä? Okay, das kann ja was werden hier. Ah, ich muss meine Spezialleiste auffüllen hier. Ja, das sind Spezialfertigkeiten. Jetzt kann ich die machen. Bam. Okay. Das kann ja was werden. Wo wollen wir überhaupt hin? Dann frage ich mich. Müsste ich dir folgen, oder? Oh ne, du folgst mir, okay. Er kann fliegen, haha. Wir sind wie ein Engel. Und bam. Schön, wie er rumherum bent. So, Elfenbeinknochen, ne? Obwohl wir den Krall auf dem Fläsch nicht behalten, ich weiß nicht. So. Geht eigentlich. Oh, okay. Ich kann sowas. Und bam. Aua. Er schlägt mich. Erwischt. Erwischt. Äh, so. Bam. Ausdauerregnen haben wir bekommen. Cool. Hoi. Bin ich hier richtig, Jungs? Ups. Ich glaube, ich ziehe gerade auf gar nichts, oder? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Aua. Was? Nix getroffen. Oh. Und. Bam. Hauen wir dir auf die Fresse. So, und. Bam. Kaputt. Bin ich hier richtig? Sieht ein bisschen nach aus, oder? Oder nicht? Verdammt. Ich nehme jetzt bestimmt nicht den Weg, weil dann kann ich mich alles... Ach, wir sind in dem Dungeon. Ah. Ach so. Dann werde ich wahrscheinlich zum Boss müssen. Äh, der war aber, glaube ich, unten eigentlich, ne? Na egal, wir gehen trotzdem mal hier lang. Machen wir das halt hier schön. Können die ja jetzt ignorieren, eigentlich. So. So. Was hab ich jetzt gemacht? Das ist zur Truhe gewesen. Hm? Kannst du es doch auch vorstellen? Hm? Hast du es doch auch vorstellen, wie? Hast du es so gemacht? Du bist so klein und zwei. Ah. Es war ja so. Das war ja so. Ich habe mich nicht nur geflogen, aber ich war es doch so. Und wenn dann, wenn du das überrascht hast, dann kam sie nachher. Ja. Ich nehme die kiepsalte nach dem Meer. Das war ja so. Aber ich habe mich schon in der Wohnung in der Oste. Und jetzt habe ich mich nie zuerst, dass du es nicht mehr in der Oste. Aber ich habe mich nicht mehr zu essen. Ja, das war ja so. Ich habe mich sehr, was ich. Ich habe mich gut um. Ich habe mich schon wieder daran gedacht. Ich habe mich daran gedacht, dass ich auch noch etwas zu können. Was hast du gesagt, Taku? Ich habe immer noch einen Tag geholfen. Heute ist es auch immer noch das Zeit. Ich habe auch gesagt, dass ich das Thema beobacht. Ich habe auch gesagt, dass ich das Thema beobacht. Aber heute ist es so. Du kannst mich immer wieder in die neue Welt bringen. Ich bin... Deswegen... Ich denke, dass du dich so, wenn du dich fokussieren kannst. Was ist das? Du bist nicht so fokussiert. Es ist kein Problem, oder? Hehehe. Kannst du wirklich so sagen? Haru, bitte, 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 das ist vom Gegner, aber egal. Ich will den da. Ja, was ist denn? Boxt dich um! Boxt dich um! Bam! Feuer! Oh, den haben wir gut getroffen. Was sind denn da? Ich war ein Drachen hier. Aua! Was bin ich denn da? Hab ich Furcht, oder was? So, aber es scheint ja hier richtig zu sein, ne? Gehen wir mal weiter. Bam! Und nochmal so, zack, dann haben wir die, erledigt. Und zack, dann können wir die beiden kaputt, haha. Sehr schön. Bam! Tako, warum machst du hier für die Leute nicht kaputt? Schön, wie viel Elfenbeinknochen ich jetzt hier bekomme. Äh. Äh. Er hat mir wieder zu spawnen. Kann man nicht öffnen? Und doch, muss doch öffnen. Er hält leuchtender Ring. Oh, cool. Ich wollte gerade sagen, äh, ich habe gar kein Ziel anvisiert. Oh, schön, dass ich den anderen erwischt habe, als den ich haben wollte. Und, zack, dann kriege ich vielleicht noch einen. Nee, natürlich nicht. So. Bam. Gut. Wir kommen gut voran. Die Jungs haben auch Spaß, wie es scheint. Gut. So, ich werde den mal hier vorbei. Alter, wie schnell, wie schnell ist mein Avatar hier? Wie schnell ich bin. Ah, jetzt kommt der Boss. Oh, ein Boss. Den hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Wie heißt du denn? Wie heißt du? Das ist der Boss. Oh nein. Okay, wir haben einfach zusammen. Oh, Energie geladen. Okay, los. 240. Alles klar. Alter. Wir machen keinen Schaden an ihm. Wir sind einfach viel zu unter Levels eigentlich. Aua. Ja. Aua. Los. Laser. Oh. Schön. Haben wir den Laser ja super getroffen. Aua. Äh. Laser, los. Oh ja, wir können auf ihn einprügeln. Los, schnell. Warum hauen die mir so einen starken Boss entgegen hier, ey. Mach euch aus. Was? Bäm. Wow, wir haben... Aua. Und die trifft mich einfach immer. So. So, und... Zack, wir haben einen Balken weg. Nice. Bäm und... Komm. Oh, ich hab keine Energie. Okay. Okay. Wir machen echt sehr wenig Schaden. Das liegt aber daran, dass ich nicht hochgelevelt habe. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Er ist ausgewischt. Nein. Und... Aua. Okay, brauchen wir nochmal nen Trank. Aua, ich bin fast tot. Ich bin tot. Cool. Nice, hier am Pile. Heilst du mich? Ach, er kann mich aufheben. Ha-ha, er ist auch tot lol. Ah, ne. Ach du... Nein, são mir sonst nicht mit dem Laser Maune machen. Ach du, fick dich doch! Oh ne, ja gut, dann machen wir das, mach ich das jetzt aus, oh na, oh na, ich muss das dann cutten. Nebenquests, Episode 1, ja, 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 oh na, warte, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, haut rein, ciao, ciao.